Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen und erst mal Entschuldigung, dass Sie ein bisschen auf den Presseclub warten mussten, aber Sie haben gesehen, die Feierlichkeiten in Paris gehen etwas länger, als wir das ursprünglich geplant hatten. Wir blicken durchaus auf ein Land, das durch seinen Präsidenten auch vertreten ist bei den Feierlichkeiten in Paris, nämlich auf die USA spätestens seit Mitte dieser Woche, seit wir die Ergebnisse der Parlamentswahlen kennen, muss auch dem Letzten klar gewesen sein, dass die Wahl von Trump zum US-Präsidenten vor zwei Jahren kein Betriebsunfall war. Viele haben sich das ja nicht vorstellen können, auch nicht, dass er länger als ein paar Monate im Amt bleiben würde. Aber jetzt zeigt sich, er ist immer noch ein zu kräftiger Wahlkämpfer. Die Republikaner haben ihre Mehrheit in der ersten Kammer des amerikanischen Kongresses im Senat verteidigen können. Die Demokraten haben die Mehrheiten der zweiten Kammer im Repräsentantenhaus gewonnen. Klare Mehrheit, aber nicht so deutlich, wie das früher Oppositionsparteien bei Zwischenwahlen gelungen ist. All das spielt vor dem Hintergrund einer boomenden amerikanischen Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und es passiert etwas, was Millionen Amerikaner viele Jahre nicht erlebt haben. Die Löhne steigen wieder. Wir gucken heute drauf, wie diese Wahlergebnisse zu interpretieren sind. Vor allem aber, was sie für uns, für Europa, für die Zusammenarbeit zwischen Amerika und Europa in den nächsten zwei Jahren bedeuten. Unser Presseclub-Thema heute, die Kongresswahlen in den USA. Erfolg oder Niederlage für Trump? Und ich freue mich, pardon, auf diese Gäste. Melissa Eddy ist bei uns, die Berlin-Korrespondentin der New York Times. Ich begrüße Dorothea Siems, Chefkorrespondentin von Welt und Welt am Sonntag. Herzlich willkommen, Stefan Götz-Richter. Er ist Herausgeber und Chefredakteur des Online-Magazins The Globalist. Und Christoph von Marschall ist wieder bei uns, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegel. Herr von Marschall, fangen wir an mit dem Blick auf diese Wahlergebnisse. Donald Trump sagt, tremendous success, also großartiger Erfolg. Die Demokraten feiern hingegen ihre blaue Welle, weil das die Parteifarbe ist. Wer hat denn nun gewonnen? Wer kann feiern? Beide haben ein bisschen gewonnen und beide haben ernste Warnsignale bekommen, was die Perspektiven für die Präsidentschaftswahl 2020 betrifft. Für die Demokraten war das natürlich unheimlich wichtig, unter diesen Bedingungen zu zeigen, dass sie Wahlen gewinnen können. Wenn sie es nicht mal jetzt schaffen, wo der Präsident nur noch 42 Prozent Ansehen hat und wo es doch beträchtliche Oppositionen in Medien gibt, wann denn dann überhaupt? Also sie brauchten diesen Erfolg im Repräsentantenhaus. Aber die Republikaner haben die Senatsmehrheit nicht nur verteidigt, sie haben sie sogar noch ausgebaut. Und wenn wir dann noch auf die regionalen Ergebnisse schauen, in der Fläche sind die Konservativen, die Republikaner nach wie vor dominant. Auch da haben die Demokraten etwas aufgeholt. Sie haben ein paar Gouverneursposten dazu gewonnen, sozusagen Normalisierung. Sie haben aber immer noch nicht die Mehrheit der Bundesstaaten unter ihrer Kontrolle. Was heißt das jetzt für 2020? Die Präsidentschaftswahl, die dann wieder ansteht. Amerika ist tief gespalten. Die Anti-Trump-Welle rollt, aber sie rollt nur in einem Teil. Die Demokraten haben gewonnen in den Ballungsräumen, in den Großstädten und sehr wichtig in den Vorstädten, in den sogenannten Suburbs. Dort, wo viele früher für Trump gestimmt haben, nach acht Jahren Enttäuschung über Obama. Weiße Frauen zum Beispiel. Die haben jetzt für die Demokraten gestimmt. Das ist gut, das ist wichtig. Aber die Anti-Trump-Welle erreicht nicht die Kleinstädte und nicht die ländlichen Regionen. Und das sind 50 Prozent der Wähler und der Bevölkerung. Die Demokraten müssen also schaffen, dass sie eine Botschaft entwickeln und einen Kandidaten aufbauen, der auch in den Kleinstädten und den ländlichen Regionen Wähler gewinnen kann. Durch Botschaften oder eben durch das personelle Angebot. Frau Elli, Zustimmung, Widerspruch? Weitestgehend Zustimmung. Also man muss auch sehen, wie wichtig es war. Die Republikaner haben aufgebaut in den Senat und der Senat stellt die Richter und das ganze Justizsystem. Das heißt, diese Gewinn kann große andauernde Nachwirkungen haben. Aber ich glaube auch, wir haben irgendwas ganz, ganz Wichtiges gesehen bei den Demokraten. Und das war, dass Frauen sich mobilisiert haben. Und das ist insofern so wichtig, weil das sind Leute, die sich direkt enttäuscht gefühlt haben von die Richtung, wo unser Land hingeht. Die haben sich aber nicht nur, also in den Tagen, nachdem Trump gewählt wurde, sind die Frauen auf der Straße gegangen. In Riesenmengen in Biden, Washington und Los Angeles. Aber damit ist es nicht zu Ende gegangen, sondern die haben sich dann mobilisiert. Und jetzt haben wir zum ersten Mal 100, also mehr als 100 Frauen, die Sitzabgeordneten sind im Repräsentantenhaus. Und das ist eine Änderung, was zeigt, viele Leute, die früher nicht politisch mobilisiert waren, füllen sich jetzt angesprochen, tatsächlich irgendwas zu tun. Herr Richter, haben sich die Machtverhältnisse jetzt spürbar verändert? Weniger spürbar, als wir das in Europa glauben. Das Repräsentantenhaus bedeutet ein Viertel der politischen Macht in Washington. Ein Viertel? Ein Viertel. Auf deutsche Verhältnisse übertragen, in der deutschen Sprache würde ich sagen, die Republikaner haben noch drei Haltelinien. Die erste Haltelinie ist der Senat. Die zweite Haltelinie ist das Weiße Haus mit 2020. Und die vierte Haltelinie ist der Supreme Court. Das wird das Wichtigste sein, denn wie Melissa schon eben darauf hingewiesen hat, der Senat wird noch republikanischer. Das heißt, Trump macht inzwischen politische Justiz aus den Bundesrichtern. Das ist so, als ob nur noch Leute von Opus Dei überhaupt Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht werden könnten in den USA. Das sind ganz stramm Konservative. Die werden, wie das in Frankreich, wir haben eben Macron gesehen, ein Cour de Cassation, ein Kassationsgericht brauchen. Das heißt, selbst wenn die Demokraten im Kongress mal was durchbringen, wird das vom Supreme Court kassiert werden können. Und bezüglich der großen Hoffnungen der Demokraten, die ja auch in Europa grassieren, mehr Minderheiten, mehr Frauen und so weiter. Die entscheidende Zahl ist nicht das Jahr 2020, sondern das Jahr 2049. Zur Mitte des Jahrhunderts wird die amerikanische Gesellschaft mehrheitlich aus Minderheiten bestehen. Dann werden die Demokraten mit Asiaten... Jetzt greifen Sie sehr weit. Wir gehen jetzt sehr in die Tiefen der amerikanischen Politik. Unser Blick ist ja der eines deutschen Publikums, das sich vor allem fragt, wie hat Donald Trump das geschafft? Dass er nicht die erwartete Ohrfeige bekommen hat, dass ihm jetzt nicht viele Steine in den Weg gelegt werden können, sondern dass er zumindest einen Teilerfolg erzielt hat. Hat Trump persönlich Anteil daran, Frau Siems? Ja, er hat ja auch sehr stark Wahlkampf gemacht, also sich eingesetzt für die republikanischen Vertreter. Und ich denke, er ist bei einem Teil der Amerikaner auch voll anerkannt. Das ist, wie wir an dem Ergebnis eben sehen können, etwa die Hälfte derjenigen, die zur Wahl geht. Die andere Hälfte findet ihn schrecklich. Aber eben die eine Hälfte ist nach zwei Jahren nach wie vor sehr überzeugt, dass sie genau so eine Politik haben will. Mit Blick, Teil Richtung Wirtschaft, aber der wesentliche Teil eben sein, auf Spaltung, auf deutliche Worte, angerichteter Kurse in der Migrationsfrage. Das ist ja sein Hauptthema auch jetzt im Wahlkampf gewesen. Und insofern muss man sagen, ich sehe bei der, was hier ja viel so gesagt wird, jetzt das Land ist so gespalten und das sei furchtbar. Man muss tatsächlich aber wahrnehmen, dass Politik es geschafft hat, Leute zu interessieren für Fragen, die die Bürger angehen und zur Wahl zu bringen. In einem höheren Ausmaß, als das bei letzten Wahlen der Fall war, wenn es um die Midterms, also diese Zwischenwahlen ging, wenn kein Präsident gewählt wurde, sondern eben so. Und das ist erstmal, die Wahlbeteiligung ist deutlich höher und das halte ich für einen ganz wichtigen, positiven, demokratischen Wert. Und sehr viel Jünger auch. Die Jüngeren gehen, aber auch die, die teilweise nicht so gut Gebildeten gehen mehr. Also man fühlt sich angesprochen und man hat eine Alternative. Dass das nicht dazu führt, dass wir jetzt einen Konsensstreben haben, liegt in der Natur der Sache. Bloß es wird interessanterweise, möglicherweise eben tatsächlich so sein, dass Trump mit den Demokraten jetzt einige seiner Lieblingsprojekte durchbringen können. Lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen. Zunächst mal ist die Interpretation des Wahlergebnisses vermutlich einvernehmlich, dass Donald Trump weit weniger Gegenwind bekommen hat, als das früher Präsidenten in der Mitte ihrer ersten Amtszeit bekommen haben. Das ist statistisch so und er hat etwa in wichtigen Senatsabstimmungen durch persönliches Engagement im Wahlkampf auch Mandate sichern können. Jetzt hat Frau Siemens schon das Thema Einwanderung angesprochen. Ich habe eingangs erwähnt, dass die amerikanische Wirtschaft in einer Weise boomt, dass seit langer, langer Zeit auch die sogenannten kleinen Leute wieder im Lohnbeutel was davon spüren. Was ist denn das stärkere Motiv, die Republikaner, die regierende Partei zu wählen? Jedenfalls nicht die Migration. Die ist unter den Themen in den Umfragen nicht ganz oben. Das ist ein emotionales Mobilisierungsthema. Und Trump greift es immer dann auf, wenn er Angst hat, dass er eine Niederlage oder dass er nicht so gut abschneidet. Dann kommt die Emotion. Das wichtigste Sachthema ist Gesundheit. Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung. Und interessanterweise haben die Republikaner ihr Wahlversprechen nicht durchgesetzt, dass sie Obamas Gesundheitsreform rückgängig machen würden. Da haben die Republikaner, sie versuchen es auseinanderzunehmen, ich sehe Melissa Addys kritischen Blick, ja, sie versuchen das auseinanderzunehmen. Sie haben es aber nicht geschafft, obwohl sie die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Repräsentantenhaus und im Senat haben. Es rückgängig zu machen, nicht? Und deshalb auch nicht, weil halt viele Senatoren und Bürger wissen und Abgeordnete wissen, dass die Bürger in den Wahlkreisen viele Fortschritte von dieser Gesundheitsreform nicht missen wollen. Aber das wichtigste Thema ist Gesundheitsreform. Migration kommt erst an zweiter, dritter Stelle, ist aber ein Emotionalisierungsthema. Und die Wirtschaft haben sie genannt. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir sollten uns alle daran erinnern, auch in Deutschland, Wirtschaft ist das Wichtigste, eines der wichtigsten Wahlmotive. Natürlich, man guckt ins eigene Portemonnaie, ist man zufrieden mit dem, was man da sieht, dann ist man eher geneigt, die bisher herrschende Macht an der Macht zu lassen. Und wenn es halt da ganz schlimm aussieht, dann ist man eher zu Wechsel geneigt. Und diese Dinge müssen wir sehen, dass Amerika wirtschaftlich gut läuft, das hilft Trump. Und das Zweite, die Mitte Amerikas liegt weiter rechts als die deutsche Mitte. Und wir wollen uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, dass wir nicht immer die falschen Erwartungen an Amerika haben, dass das nur ganz anders ausgehen würde, weil wir diesen Trump so unmöglich finden. Und da muss ich jetzt doch mal der Widerstand regen. Das ist halt in der Hälfte Amerikas sieht das ganz anders aus. Frau Eddy, Herr Richter, was hat die Wähler am meisten inhaltlich bewegt? Ja, das kommt darauf an wo, glaube ich. Also tatsächlich, für Trump und für die Leute, die Trump gut finden. Das war natürlich diese Track, was in Südamerika durch Mexiko Richtung amerikanische Südgrenzung kam. Das hat er ausbenutzt und das ist ein sehr emotionales Thema. Flüchtlinge, die sich Richtung Mexiko und USA auf den Weg kommen. Und sollten irgendwie das Land kaputt machen. Und er hat viele Leute dadurch, durch diese Emotion, diesen Schreck von der Idee, dass es Kriminelle da in diesem Track sind, der hat viele dadurch mobilisieren können. Aber, wie früher Christoph eben gesagt hat, unter vielen weißen Frauen, vor allem aber viele andere, das hat die abgeschreckt. Also die haben gesagt, es geht mir zu weit. Und ich finde, Migration ist nicht das Hauptthema. Und das haben die Demokraten auch sehr schlau ausgenutzt mit Gesundheit. Genau mit dieser Idee. Die haben gesehen, das ist ein sehr großes und sehr wichtiges Thema, das vor diesem sogenannten Obamacare durchgekommen ist. Dieses Gesundheitssystem, was Obama durchgebracht hat. War es möglich, jemanden, der schon Krebs oder Diabetes hat? Lassen Sie uns nicht in die Details gehen. Ja, aber das war so ein Drehpunkt, wo man sagte, das könnte wegfallen. Und viele haben gesagt, das wollen wir nicht. Also das war praktisch, wenn die Republikaner gewinnen, sie verlieren ihre Gesundheit. Obwohl man sagen muss, das wird in der Bevölkerung nicht nur positiv gesehen. Herr Richter ist dran. Entschuldigung. Wenn wir über die innenpolitische Bedeutung reden, dann müssen wir das Wort Weimarisierung in den Mund nehmen. Donald Trump hat eine Spät-Weimar kurz nach 32, 33 Wahlkampf gemacht. Er verteufelt die Medien, erklärt sie in kommunistischer Weise für Volksfeinde, Verräter des Volkes. Er hat damit die Medien verjudet, zu den neuen Juden erklärt. Er macht Ausländer zu Unmenschen. Immigranten, die die wahre Stärke der USA sind, wo das hervorragend klappt, weil in den USA keine soziale Hängematte für Immigranten existiert. Die Integration läuft hervorragend über den Arbeitsmarkt. So schafft man es oder man schafft es nicht. Dadurch ist das Land bin er. Und hat das die Wahl für ihn gegeben? Das hat die Wahl. Wir sagen ja, die Amerikaner wären zur Hälfte für Trump. Es wird denen reichen, wenn es noch viel weniger sind. Und er stimuliert im Prinzip die Amygdala, den Furchttrieb der Amerikaner. Denn die meisten Menschen dort leben Paycheck zu Paycheck. Und das muss man politisch ausnutzen. Und das versteht Donald Trump deshalb sehr gut. Weil obwohl er ja vermeintlich Milliardär ist, wir wissen das von seinen Krediten. Die Deutsche Bank hat ihn hochgepäppelt bis zum Letzten. Der Mensch hängt an Krediten, ist von Konkurs zu Konkurs gelaufen. Daher versteht er die Seele der Menschen, die keinen Cashflow haben, die wirklich keine Krankenversicherung haben. Die higher on fire, die keine Jobsicherheit haben. Es gibt keine soziale Vielfalt wie in einem sozialen Sicherungsnetz wie in Deutschland. Darauf hat Trump ganz kaltblütig gesetzt. Die Steuererleichterung, 83% aller Steuererleichterung gegen das oberste Prozent der Amerikaner. Den oberen 2-3% geht es immer blendend. Der Rest guckt in die Röhre. Und das müssen wir sehen, das hat Trump ausgenutzt. Das heißt, der Stil der Politik hat sich als erfolgreich bewährt. Das, was uns sehr fremd ist, worauf wir sehr irritiert gucken, so sagen sie, hat seine Anhänger überzeugt. Und würde bedeuten, dass er auch jeden Grund hat, seinen Stil nicht zu ändern. Ganz genau. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, die Inhalte, die jetzt genannt wurden, sowohl das Gesundheitssystem als auch die Steuerentlastung, die werden ja auch in den USA sehr kontrovers gesehen. Es ist keineswegs so, was wir hier in Deutschland immer meinen, dass es selbstverständlich gut ist, ein Gesundheitssystem zu haben, was staatlich finanziert ist über eine Umverteilung. Das wird in den USA sehr kritisch gesehen. Es gibt viele, die sagen, für sie ist es teurer geworden. Sie finden das nicht eine gute Sache. Also auch das ist nicht nur ein für Trump ein Verlierer-Thema und für die Demokraten ein Gewinner-Thema. Und bei der Steuerentlastung kann man natürlich sagen, das mag sein, dass oben, dass nichts in der Steuer war, wenn man über die Einkommenssteuer geht oder die Unternehmenssteuer eigentlich immer so, dass oben entlastet wird. Aber dass die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand ist seit 50 Jahren, das kommt natürlich auch denen zugute, die vorher keine Jobs hatten oder die jetzt mehr verdienen, weil sie eben als Arbeitnehmer eine stärkere Position haben. Insofern ist die Sichtweise ein bisschen, er macht nur was für die oberen 10 Prozent verkürzt. Ja, das ist deshalb verkürzt. Ich glaube, das geht Menschen, die im oberen Einkommensdrittel angesiedelt sind, öfter so, dass sie die Steuererleichterung, also wenn eben einfache Haushalte 60 oder 100 Dollar mehr im Monat haben, das sei ja im Prinzip nichts. Das ist nur ein Dollar pro Tag oder so. Das ist für die schon eine ganze Menge. Aber ich wollte noch was Grundsätzliches sagen. Also ich finde, für mich jedenfalls geht das ein bisschen zu weit, den Zustand in den heutigen USA mit Weimar zu vergleichen oder Trump in die Nähe von Hitler und seiner Propaganda zu rücken. Ich habe keine Sympathien für Donald Trump und seine Politik. Das ist nicht der Punkt, aber Amerika ist eine Demokratie und ein Rechtsstaat und es hat etwas andere Vorlieben, wenn es um die Gesellschaftsordnung und die Wirtschaftsordnung geht, als wir das hier in Deutschland haben mit der sozialen Marktwirtschaft. Aber es gibt dort Checks and Balances und bisher haben die ziemlich gut funktioniert. Ich meine, warum war denn Donald Trump so wenig erfolgreich mit der Durchsetzung seiner Wahlversprechen, dass er zum Beispiel den Muslim-Ban nicht so durchgesetzt hat? Weil es Gerichte gibt, die sagen, das ist rechtswidrig. Warum hat er die Abschaffung von Obamacare nicht durchbekommen? Weil es einen Kongress gibt, der sich nicht von dem gefühlten Parteiführer Donald Trump sagen lässt, wie er abzustimmen habe. Und es gibt Medien, die sehr, sehr kritisch sind. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und es sieht nicht immer schön aus, wenn Checks and Balances funktionieren. Das raucht und kracht und stinkt und führt zu Blockade. Aber es ist doch nicht so, dass Amerika auf dem Weg in den Verlust der Demokratie oder den Verlust der rechtsstaatlichen Checks and Balances sei. Also da bin ich dann, das finde ich, Stefan, geht etwas zu weit. Die Tese habe ich natürlich in den Raum gestellt vor dem Hintergrund, dass wir heute weiter sind. Und da machen die Amerikaner eigentlich so einen Rückschritt. Zur Frage Krankenversicherung. Ich würde ungern, Herr Richter, in diese Details zurückgehen, sondern das war der Austausch. Sie haben einen sehr unterschiedlichen Blick. Das ist auch gut, das können wir auch so stehen lassen. Lassen Sie uns nach vorne blicken. Wir haben an Herrn von Marschall anknüpfend die Situation gehabt, dass Herr Trump ja mit seiner Mehrheit, der Mehrheit seiner Partei in den beiden Kammern des Parlaments durchaus auch heftig gestritten und gerungen hat. Nun gibt es im Repräsentantenhaus künftig eine demokratische Mehrheit. Was konkret wird sich an der amerikanischen Politik ändern? Insbesondere was wird sich ändern, was auch für uns spürbar sein könnte? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil erstens muss man immer sagen, mit Trump ist es eine gewisse Masse unberechenbar. Aber auf jeden Fall, was ändern wird, ist, er kann nicht so leicht Sachen wie Gesundheit, wie Budgets einfach durchringen. Weil er muss, dass das kommt und das wird kontrolliert von dem Kongress. Die Frage ist, ist der Kongress dazu fähig, tatsächlich das, was die an Mächte haben, schlaue Weise auszunutzen? Weil die können auch ganz viel erfragen von Weißenhaus. Zum Beispiel seine Steuererklärung, worüber viel gestritten würde schon in den ersten Wahlkampf. Letztendlich... Wie er eigentlich veröffentlichen müsste, was er aber bisher... Nicht müsste, das ist nicht fest... Tradition. Tradition ist das immer so gewesen, aber da ist kein Gesetz. Was er bisher nicht getan hat. Ja, genau, aber das ist sehr wichtig, ja, weil deswegen hat er das nicht gemacht und deswegen hat er gesagt, ja, da muss ich nicht. Das heißt aber jetzt, wenn der Repräsentantenhaus fragt nach diesen Steuererklärungen, dann müsste er das doch jetzt abgeben. Die Frage ist, ist er schlau? Weil wir haben das gesehen und das ist ein Detail, aber an den Judge Kavanaugh, ja, das ist der Richter, der für den Supreme Court... Das ist ein Richter, um dessen Nominierung sehr lange und intensiv gestritten wurde. Ich hatte ja vor allen Dingen gefragt, was kann sich verändern mit Blick auf Themen, die auch Auswirkungen auf die internationale Politik und auf uns haben. Ich sag mal Dinge, die wir in den ersten zwei Jahren Trump hautnah mitbekommen haben. Die Diskussion darüber, ob wir mehr Geld für Bundeswehr, Streitkräfte ausgeben müssen, weil wir uns nicht an ein NATO-Ziel halten. Was uns ganz unmittelbar betrifft, ist die Diskussion über Zölle, über Freihandel, die zum Beispiel deutschen Autoherstellern wehtut. Oder, um ein drittes Thema auf den Tisch zu legen, ganz aktuell, weil Montag in Kraft getreten, Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, ein Land, mit dem Europa gerne weiter handeln möchte. Ist bei diesen Beispielen irgendetwas, wo wir sagen können, nein, da geht es nicht so weiter wie bisher, da müssen wir mit Änderungen rechnen? Es wird sich entweder nichts verändert oder nichts zu unserem Vorteil. Der Trump, das hatten wir in der Pressekonferenz nach der Wahl gesehen, läuft herum wie ein verwundeter Löwe. Melissa hat eben darauf hingewiesen, dass die Demokraten genau kalkulieren müssen, was sie machen. Wenn sie ein bisschen an die Gurgel gehen, wird er immer irrationaler. Irrationaler, das bedeutet für die Politik nichts Gutes. Denn ein amerikanischer Präsident war, egal wie immer, von seinem Stabschef kontrolliert und so weiter und hat nicht impulshaft mit Twitter und so weiter alles gemacht, sondern hat rational agiert mit einem Riesenapparat hinter ihm. Das wird bei Trump eher noch weniger werden, so wie die Dinge jetzt stehen. Man hofft manchmal auf Infrastruktur, wo ein paar deutsche Konzerne vielleicht was verdienen könnten, wenn es nicht alles bei Amerika ist. Er will ein großes Programm verabschieden, wo Straßen, Brücken und andere Dinge... Möglicherweise, das gilt sozusagen als die große Brücke zwischen Demokraten und Republikanern. Ob es dazu kommt, ist die entscheidende Frage, nämlich ab gestern sozusagen läuft der Wahlkampf 2020. Und da werden die Amerikaner, es ist ein Volk, was im permanenten Wahlkampf lebt. Die Demokraten haben im Moment 25 verschiedene Kandidaten. Das bedeutet überhaupt nichts Gutes für die amerikanische Politik und damit auch nichts Gutes für Europa. Die einzige Macht, die die Demokraten haben, ist, dass sie manches Schlimmere im Repräsentantenhaus verhindern können. Aber das führt nicht zu großer Rationalität. Das sagt Herr Richter auf meine Frage, Frau Siemens. Ja, also ich würde das nicht so sehen. Erstens mal glaube ich, den wirtschaftlichen Impuls, den ein großes Infrastrukturprogramm bringen würde, das sind Staatsausgaben, die dann steigen, ist nicht zu unterschätzen für die Weltwirtschaft. Also das ist immerhin, also die USA haben da großen Nachholbedarf. Das ist ein Projekt, was die Demokraten sehr gerne mittragen, weil das nämlich eigentlich ihre Art von Wirtschaftspolitik ist. Insofern war Trump durchaus schlau, die etwas umstrittene Steuerentlastung, die hätte er mit den Demokraten nicht so durchgekriegt, so ohne weiteres, im ersten Teil zu machen, als er die gesamte Macht auf seiner Seite hatte. Jetzt, wo es um Kompromisse gehen muss, weil diesen Teil muss er im Repräsentantenhaushalt mitbestimmen lassen, weil da geht es um Haushaltspolitik. Haushaltspolitik ist der dicke Batzen, über den eben das Repräsentantenhaus stark mitentscheidet. Das heißt, da können sie blockieren. Aber genau in diesem Fall, der auch bei den Amerikanern sehr populär ist, wehren sie sich das natürlich nicht an die Demokraten, weil das ist, viele Amerikaner, die wollen ja, dass die Wirtschaft vorangeht. Und wir haben zurzeit eine weltwirtschaftliche Lage, wo es überall auf eher etwas Abschwächungen hingeht, bis auf Nordamerika wegen der amerikanischen Wirtschaftspolitik. Also durchaus ein Faktor. Jetzt, was die Zölle angeht. Bei Zöllen muss man sagen, Trumps Vorgehensweise gegenüber der restlichen Welt ist ein anderes im Stil. Inhaltlich sind die Demokraten immer protektionistischer als die Republikaner gewesen. Das hat sich jetzt ein bisschen verdreht. Aber natürlich sind sie immer der Meinung, es müsste ein ausgeglichener Handel stattfinden Richtung China und auch gegenüber Deutschland. Das heißt, die Haltung wird sich nicht sonderlich ändern. Es wird aber nicht so sein, also so schätze ich Trump nicht ein, wenn man anguckt, wie er in den letzten Monaten auch agiert hat, dass er uns mit einem Handelskrieg überzieht. Er wird verlangen, ähnlich wie auch bei Verteidigung, dass tatsächlich Verbesserungen für die Amerikaner herauskommen. Das heißt, dass wir mehr zahlen für Verteidigung und dass wir auch bereit sind, über wirkliche Handelsliberalisierung zu reden, die den Amerikanern nicht sind. Frau Marshall, Frau Eddy. Ja, da ist das Problem. Also ich glaube, wir werden bei den Handelsgesprächen irgendwann jetzt eine Eruption erleben, eine große Wut. Weil die Zeitschiene nicht zusammenpassen. Donald Trump ist der Chef eines Nationalstaates. Der gibt seinem Trade Representative, also dem Hauptverhandler, die Anweisung. Ich habe das mit dem Juncker besprochen. Bevor ich hier Strafzölle mache, werden wir jetzt erstmal miteinander reden. Aber der ist auch so gestrickt, dass der nach ein paar Monaten Ergebnisse erwartet. Die Europäische Union hat die Handelspolitik vergemeinschaftet. Also es ist nicht mehr nationale Sachen. Aber sie braucht ein Mandat. Damit der Chef-Europäische Unterhandler überhaupt mit den Amerikanern nicht nur über allgemeine Ausführungsbestimmungen, sondern über einen neuen Trade-Deal verhandeln kann, braucht er ein Mandat von der Kommission und vom Parlament. Das ist bisher nicht erteilt worden. Der Trump wird irgendwann aufwachen und seinen Trade Representative rufen, ich habe da im Juni was vereinbart und sechs Monate vergangen, was sind die Ergebnisse? Und dann wird er ihm sagen, du, die Europäer sind noch nicht mal so weit, dass die ein Mandat gemacht haben. Also wenn die in Brüssel klug sind, sollten sie diesen Herbst und Winter bitte noch ein Mandat machen. Und nicht warten darauf, dass es das nächste macht. Und ich, die allgemeine Erwartung meine für die Innenpolitik ist, es gibt diese Chance für dieses Konjunkturprogramm, weil die Demokraten es wegen den Jobs wollen und Trump will es wegen Wahlversprechen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass das blockiert wird, weil einfach die beiderseitigen Interessen sich auf 2020 die Präsidentschaftswahl zu konzentrieren und dem anderen nichts zu geben, was als eigener Nachteil sich auswirken könnte. Dieses Risiko ist viel, viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auf etwas, wo es eigentlich gemeinsame Interessen gibt, einigen kann. So ist im Moment die Stimmung. Aber wenn die Demokraten das Trump geben, dann kann er das für seinen Vorteil verkaufen. Die sind viel besser gefahren, zu versuchen, irgendwas Positives mit Gesundheit zu machen, wo die wissen, Trump wird das blockieren. Dann können die in den Wahlkampf sagen, schau, wir wollten euch dies und jenes geben und er hat das blockiert. Und das ist das, was sehr, sehr schwierig jetzt sein wird. Das wird genauso sein, aber auch mit Strafzöllen. Also da muss man irgendwie gucken, wie viel kann man ihm geben, weil er ist sehr schlau, um jede Bröckchen gegen die Demokraten dann für seine Vorteile auszunutzen. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass innenpolitische Taktik zwischen Demokraten und Republikanern mit Blick auf das Wahljahr 2020, das gar nicht so weit weg ist, am Ende wichtiger sein kann als die Sache selbst. Auf jeden Fall. Das hilft aber dann dem Präsidenten. Das hilft dem Präsidenten. Also wenn die Demokraten blockieren, dann ist er in einer weitaus besseren Position. Also deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, Obama hat gegen zwei Häuser seine Gesundheitsreform durchgesetzt. Also ich meine, das Spiel ist doch, dass dann immer welche gekauft werden. Und es ist doch sehr viel leichter, einzelne Repräsentanten Stimmen zu kaufen, indem man sagt, wir haben hier euch was vorzubringen. Wir machen die größten Investitionen dann genau in eurem Wahlkreis. Wollt ihr das wirklich blockieren? Das ist sehr, sehr, es ist... Die andere Sache, auf die man achten muss, Sie haben das völlig richtig gesagt, es geht alles nur noch um Innenpolitik und um Taktik, nicht um irgendwie große Ziele und den Menschen was zu bringen. Aber die andere Frage, die sich auch auswirken, wird wir im Moment noch nicht beachten. Diese Steuererleichterung wird... Darf ich einmal nur, Sie haben Ihren Punkt sofort, aber weil Sie das gerade nochmal einwerfen, Frau Eddy, es geht nicht um Weltpolitik. Ist das wirklich der Blick, den wir lernen müssen, dass wir jetzt im Grunde auf die Präsidentschaftswahl schon zulaufen und deswegen das, was in den USA passiert, parteitaktisch, machttaktisch ist und da nicht der Blick drauf ist, was tut dem Land langfristig gut. Das ist ja im Grunde das, was Sie sagen. Auf jeden Fall. Also das haben wir bisher gesehen. Und wir haben das auch jetzt eben in Frankreich gesehen. Was hat... Also der Präsident ist gekommen und was hat er denn überhaupt weitgehend... Und an dieses große Thema wirkt er wie gelähmt. Also das ist alles sehr kurzfristig und alles das, was ihm und dann auch so mitunter sein Partei dient. Aber vor Trump war es auch schon immer so, dass die Amerikaner in einem permanenten Wahlkampf sind. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass jetzt die europäischen und die Weltmedien über online und sonst was das permanent auch noch abbilden. Was ich sagen wollte zur Wirtschaft, ist, dass diese Wirtschaftssonderkonjunktur, die steuermäßig noch hochgepäppelt wurde, in einer Art und Weise, wie sie fast Erdogan entspricht, der auch seine türkische Wirtschaft hochgepäppelt hat, um sich über die Ziellinie zu bringen. Das wird jetzt alles abebben. Die Arbeitslosenzahlen sind künstlich, weil die Amerikaner mehrfach Korrekturen gemacht haben, dass Leute, die auch nur halb arbeitswillig sind, nicht mehr in den Arbeitslosenzahlen drin sind, wenn sie nur für ein paar Wochen nicht gesagt haben, dass sie arbeiten wollen und so weiter. Da ist sehr viel Schmuh dabei. Das heißt, die Amerikaner werden auf eine Volkswirtschaft zulaufen, jetzt 5% Defizit schon vor irgendwelchen Infrastrukturprojekten. Da würde die Europäische Kommission, das ist fast doppelt so viel wie Italien und so weiter. Und die Amerikaner sind zwar nicht so viel. Also sind schon stark verschuldet und wollen möglicherweise noch viel Geld aufnehmen. Das führt für 2020 zu weiteren Problemen, weil das dann möglicherweise so kommt, wenn es zu einem Wechsel im Präsidentenamt käme, was ich nicht glaube, dann würde ein Demokrat den wirtschaftlichen Mist, den Donald Trump hinterlassen hat, wieder mal in bewährter Manee wie Obama 2008 aufräumen müssen. Auch eine Verkehrung der Verhältnisse. Ich wollte noch mal auf die internationale Situation zurückkommen. Und das betrifft eben nicht nur die USA. Wir haben es auch in Europa und in unserer Umgebung vermehrt mit Herrschern zu tun, wo die innenpolitischen Kalküle wesentlich wichtiger sind als jedes internationale Verantwortungsbewusstsein. Wir sehen das an europäischen Regierungen, auch im Osten, nicht nur im Osten, aber auch im Osten, wo die nationale Lage und die nationale Psychologie eine wesentlich wichtigere Rolle spielt als die Sorge darum, wie können wir eigentlich den Zusammenhalt Europas machen. Und ich möchte auch etwas Generelles ableiten, nämlich internationale Politik und konstruktive Politik kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten ein Mindestmaß an Verantwortungsbewusstsein für das Come and Good haben. Wenn zu viele Regierungen meinen, sie könnten, also irgendjemand anders sorgt für das Come and Good und ich mache den besseren Schnitt, weil ich mich nur um meine nationalen egoistischen Dinge kümmere, dann destabilisiert das die ganze Ordnung. Und das erleben wir eben nicht nur in Amerika. Wir werfen das Trump ständig vor, weil wir halt uns psychologisch an ihm abarbeiten. Wir machen genau dasselbe. Es macht Erdogan, es macht die polnische PiS-Regierung, es macht Orban in Ungarn. Aber wir haben eben auch nicht einen wirklichen Konsens, ganz egal, was hier gerade uns an Versöhnung präsentiert wird, zwischen Deutschland und Frankreich. Auch dort spielen im Moment nationale Erwägungen eine wichtigere Rolle als die Frage, wie können wir Europa handlungsfähig machen, um in diesem internationalen Umfeld ein handlungsfähiges Europa, nicht wir sagen, wir wollen gegen Trump die Gegenmacht sein oder zumindest strategische Autonomie haben. Wir tun aber in der Praxis nichts dafür. Und das ist ein Grundproblem, das wir in Trumps Amerika sehen, aber wir sollten eben auch in den Spiegel gucken und es bei uns selber auch zur Kenntnis nehmen. Und gerade diese Chance, also was Sie ja auch angesprochen hatten, Richtung USA jetzt beim Handel, das könnte nämlich auch das Klima deutlich verbessern, einen Schritt zu machen, der wird wahrscheinlich eben tatsächlich an diesen innereuropäischen Interessen, wo jeder auf die Wirtschaft seines eigenen Landes, also die Franzosen eben ihre Agrarsubvention verteidigen wollen, Deutschland vor allem aufs Auto guckt und so weiter, anstatt da zu sagen, also wir müssen hier vielleicht auch einfach mal was Konstruktives machen, als immer nur sagen, er ist so protektionistisch und er verdirbt uns hier die Weltwirtschaft. Das wäre möglich. Wir haben das bei TTIP, bei dem großen Freihandelsabkommen, schon selber verbockt. Das war nicht Trump. Und jetzt sollten wir in der Hinsicht wirklich sagen, das ist Gefahr in Verzug. Wir könnten das deutlich nach vorne schieben, wenn wir das als eine Chance nehmen und sagen, dann machen wir mal einfach... Das heißt aber, sagen wir mal, das ist ja jetzt, wir sind fast schon in der Schlussrunde, das ist ja jetzt so ein deprimierender Ausblick, den Sie eigentlich geben, weil egal, welche politischen Schritte man jetzt gut oder schlecht bewertet, Sie sagen zum einen, wir erleben in den USA, das seit zwei Jahren und in Europa und in vielen anderen Ländern, das eigene nationale Interessen, die Politik bestimmen. Und es kommt hier der besondere Aspekt dazu, dass das Wahlsystem eigentlich zu einem ganz stark taktischen Handeln demnächst noch stärker wegen der Veränderungen im Kongress hervorruft. Wenn das Ihre Analyse ist, ist ja die Frage, wie gut sind wir aufgestellt für dieses Spiel? Das ist überhaupt nicht deprimierend. Ich glaube, der Christoph hat das richtig gesagt. Wir müssen endlich aufhören, uns als Ableitungsfunktion von irgendwelchen politischen Verhältnissen, Obama-Liebe, Trump-Hass, von Amerika zu verstehen. Wir sind immer noch völlig unsouverän als Europäer. Und wir müssen uns in der Tat ehrlich machen. Und das gilt schon seit den Zeiten von Wirtschaftskoordination über G7. Man muss zu Hause aufräumen, die eigene Volkswirtschaft was aufräumen, man muss den Menschen was Sinnvolles bieten, wo die GroKo hier große Probleme hat, irgendwas zu leisten, was den Menschen irgendwas bedeutet. Das ist, glaube ich, sehr gut, wenn wir uns dessen bewusst werden und gar nicht mal so sehr, wie Dorothea Siems eben gesagt hat, jetzt gleich auf die europäische Achse hochzuziehen, sondern wenn wir zu Hause nicht aufräumen, geht die Schose daneben. Da ist jeder für verantwortlich. Ich würde nur glauben, dass Trump uns dabei überhaupt keine Hilfe bietet, weil dem geht es nur um eins, um Donald Trump. Gut, aber dann nehme ich zum Schluss jetzt unsere Perspektive ein. Also Sie sagen, es ist nicht deprimierend, es ist realistisch, aber es ist die Analyse. Frau Eddy, wir Deutschen sind ja seit 14 Tagen sehr klar damit konfrontiert, dass wir etwas haben, was wir lange nicht hatten, nämlich einen Wechsel im Kanzleramt. Wir wissen noch nicht genau wann, aber er wird kommen, Angela Merkel wird aufhören. Ist das eine Chance für uns, oder weil da, sag mal, gute Kandidaten nachfolgen könnten, oder macht das die Dinge aus deutscher, europäischer Sicht noch schwieriger? Ich glaube, das ist eine Chance auf jeden Fall. Also Änderungen sind immer eine Chance, weil da kann jemand Neues kommen mit irgendwas. Und vielleicht dieses jemand wird auch verstehen, auch in Obamas Zeit haben die Amerikaner verlangt, von den Deutschen endlich mal eine Führungsrolle in Europa anzunehmen. Und ich weiß, dass es für die Deutschen schwierig ist, aber wenn man sieht, man kann nicht nur nach Washington blicken und mit dieser Änderung im Kanzleramt, ist das vielleicht eine Chance. Dann ist meine Schlussfrage an die drei deutschen Teilnehmer der Runde. Und wer wäre der oder die Beste dafür? Herr Merz, denke ich, bietet sich an. Also ich meine, der ist Transatlantiker, der ist Vorsitzender der Atlantikbrücke, die Beziehung fliegen. Aber ich glaube, er versteht auch die Amerikaner anders. Also er nimmt das nicht so. Merkel hat da viel schleifen lassen. Meine Wahrnehmung ist, dass die deutsche öffentliche Diskussion sehr wirtschaftsfeindlich ist. Und letzten Endes alles das, was Merz anzubieten hätte an Pluspunkten, wird ihm letzten Endes negativ ausgelegt. Weil das, na ja, der ist mit den Banken und den Investmentfonds verbunden. Es wird nicht gesehen, dass er nach den Problemen von der großen Firma kam, versucht hat, sie aufzuräumen, sondern es wird ihm letzten Endes angehängt. Aber alle sind gut. Also auch Frau Karrenbauer kann Internationales. Herr Richter, einen Satz gebe ich Ihnen noch. Nicht alle sind gut, Semi-Kollern. Wenn wir auf eine schwierigere Wirtschaftszeit zulaufen, nach über einem Jahrzehnt von Automatismus, so Deutschland ist Gold gegangen ist im Weltmarkt, gibt es aufgrund der Kompetenz und auch gerade aufgrund der Tatsache, dass Angela Merkel sehr wenig bei Wirtschaftsreformen gemacht hat, eigentlich nur eine Wahl, was auch für die anderen Parteien gut ist, wenn die Parteien sich voneinander differenzieren. Sogar die SPD findet die Kandidatur von Herrn Merz gut. Okay, das war jetzt ein sehr langer Satz. Ich bedanke mich, bedanke mich für die kompetente Diskussion, die wir am Ende doch, finde ich, zu einem erstaunlichen Punkt geführt haben, der viele neue Diskussionen auslöst. Herzlichen Dank, wenn Sie in der ARD dabei sind, dann jetzt im Bericht aus Brüssel. Der weitere Blick zurück, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Wenn Sie bei Phoenix und DDR5 dabei sind, dann machen wir hier gleich weiter mit Presseclub Nachgefragt. Bis gleich, lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück, Presseclub Nachgefragt, im Fernsehen bei Phoenix, im Radio bei WDR 5. Wir starten in Nordheim bei Peter Marth. Guten Tag, Herr Marth. Ihre Anmerkung oder Frage, bitte. Einen schönen guten Tag. Zunächst mal ein Dankeschön für die Runde. Es war eine sehr gute Runde und die Ergebnisse fand ich eigentlich sehr gut. Ich habe zu, oder eine konstruktive Kritik. Man hat über die prosperierende Wirtschaft gesprochen in den USA. Das ist richtig. Da sind die Fakten, die sprechen dafür. Aber alles spricht auch dafür, weil es alles wirklich auf Pump ist, fällt es nicht nur den Amerikanern, sondern auch uns auf die Füße mit dabei. Das hat man leider nicht diskutiert. Von wem hätten Sie gerne, wollen wir es stehen lassen oder möchten Sie gerne eine Anmerkung dazu hören? Ja, ich würde gerne eine Anmerkung dazu hören. Ich habe eine ganz kurz noch eine zweite Sache. Ich halte es für richtig, dass Europa endlich, endlich, im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich und natürlich auch im Wirtschaftsbereich mit einer Stimme spricht. Man ist nicht stark genug gegen Trump sonst. Ja, das Thema haben wir heute in der Diskussion ausgespart. Das habe ich zum Schluss noch ganz kurz mitbekommen. Das stimmt, ja. Ja, danke schön, Herr Mard. Bitte schön, Frau Sieg. Sie möchten dazu was sagen. Das Thema der Verschuldung an, das stimmt, das ist allerdings kein US-Problem. Wir haben das in Europa in einem hohen Maße, ohne das gleiche Wachstum zu haben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir haben das auch in China und in Japan. In China wächst, da hat es andere Probleme, aber Japan beispielsweise wächst auch kaum, hat gigantische Schulden. Ein Land wie die USA, die gleichzeitig hohes Wachstum haben, und zwar deutlich höher, auch als wir das in Deutschland haben, über Jahre, und eben mit guter Perspektive ist von Verschuldung nicht ganz so unangenehm betroffen, weil sie können da das auch zurückzahlen und haben einen großen Vorteil, dass die Ausländer ihnen Geld schulden. Also das heißt, wenn irgendwann über Inflation der Staat sich die Schuldenlast etwas leichter machen will, was er immer kann, dann wird dieses Problem wunderbar auf die gesamte Welt verlagert. Das stimmt. Aber wie gesagt, die USA haben auch ihre Zinsen angehoben, was wir in Europa beispielsweise nicht getan haben. Insofern ist es im Gesamten seriöser, als dass wir es hier machen. Okay, ja, danke für die Einschätzung, Frau Siems. Karl-Heinz Wosbrock, ich hoffe, der Name ist richtig, aus Mannheim, hat, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Guten Tag, Herr Wosbrock. Guten Tag, geht die Runde. Herr Wosbrock, mir ist aufgefallen, dass sowohl bei der Präsidentenwahl als auch jetzt die Demokraten über das ganze Land gesehen immer die Mehrheit hatten. Der Senat ist fast, wie man früher schon in der Frankfurter Allgemeinen lesen konnte, oligarchisch. Und liegt hier, Frau Eddy, nicht ein enormer Sprengstoff, dass die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse im Land nicht korrekt abgebildet werden, zwar der Verfassung nach, aber nicht der Stimmung nach? Frau Eddy, das geht, glaube ich, in Richtung des Wahlsystems, das ja dazu geführt hat, dass wir einen Präsidenten haben, der nicht von der Mehrheit gewählt ist und dass im Senat sehr kleine Staaten, sehr kleine Minderheiten, viele Stimmen haben. Genau. Das ist das System, aber weil das zu Vorteil ist von den Republikanern und die sind tatsächlich an der Macht, wo das geändert werden kann mit Senat und Präsident, dann wird das einfach so bleiben. Wird das immer so bleiben oder gibt es eine Diskussion darüber? Also eine ernsthafte Diskussion darüber gibt es nicht. Auf der Ebene, wo es passieren sollte, um tatsächlich eine Änderung vorbeizubringen. Herr Richter, Sie haben ja lange in den USA gelebt. Wird das dort als ungerecht, als Problem empfunden oder ist das nur unser deutscher Blick darauf? Wir sind ja mit einem absolut repräsentativen System vertraut. Es ist ungerecht, es steht in der Verfassung, es ist von den Verfassungsrichtern so angelegt, die Republikaner werden dem nie zustimmen und es wird noch viel schlimmer. Denn die Menschen ziehen ja immer mehr in die großen Städte und es gibt die kleinen Bundesstaaten, man kann mit weniger als 18% der amerikanischen Bevölkerung die Mehrheit im Senat erreichen, indem man alle kleinen Staaten zusammenbastelt. Wenn man sich das anguckt, es gibt inzwischen in den USA 56 Städte, die als Metro-Region mehr Bevölkerung haben als die meisten dieser kleinen US-Staaten. Da werden immer noch mehr Leute hineinwachsen. Es ist also nicht nur Kalifornien gegen North Dakota oder so, sondern die USA stehen vor einem War on the Cities. Die Stadt und Land, der Disput ist genauso schlimm und strukturell so problematisch, wie das in Japan schon seit langem der Fall ist. Wo die Menschen die LDP nicht wählen, die nicht in den Städten wohnen und so weiter. Und das ist ein ganz großes Problem, was bezüglich der Dorothea Siems und des Wachstumsimpulses der USA zu großen Problemen führen wird, weil das natürlich all das, was die dynamischen Kräfte sind, nicht fördern wird, sondern politisch ins Gegenteil geht. Vielen Dank. Aber ich habe verstanden, die Diskussion führen wir. Die wird in den USA nicht ernsthaft geführt. Und egal, wie wir jetzt darüber reden, es wird sich, sagen die Experten... Es wird sich nicht in unserer Lebzeit ändern. Okay, nicht in unserer Lebzeit. Gut. Dann, Herr Bosbrock, ist nicht die Antwort, die Sie hören wollen. Aber Gruß nach Mannheim. Und Bremen ist unsere nächste Station. Laura Jöns. Guten Tag, Frau Jöns. Bitte, Sie sind dran. Guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar das Gerrymandering, also diese Wahlkreiszuschneidung, die in Amerika ja immer stattfindet. Inwieweit hat das denn jetzt bei den Midterms Auswirkungen gehabt? Da fragt Frau Jöns, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da fragt eine Expertin, was nicht, Herr von Marschall, Gerrymandering ist, glaube ich, ein Fachbegriff benannt nach einem Menschen, der so hieß, und Sie können erklären, was es ist, und die Frage beantworten. Ich kann es kurz sagen. Amerika macht alle zehn Jahre eine Volkszählung. Und Wahlkreise müssen ja ungefähr gleich viel Bevölkerung haben. Da es in Amerika aber eine Bevölkerungsverschiebung gibt, von Ost nach West und von Norden nach Süden, müssen Wahlkreise alle zehn Jahre neu geschnitten werden. Wer macht das? Das sind die im Wesentlichen, nicht überall, aber es sind im Wesentlichen die Kombination aus Gouverneur plus Landtag. Und deswegen war diese Wahl so wahnsinnig entscheidend. Denn jetzt sind die Gouverneure und Landtage gewählt worden, die 2020 nach der nächsten Volkszählung noch an der Macht sind. Und die Demokraten haben sieben zusätzliche Gouverneure. Sie haben sich auch ein bisschen verbessert. Deswegen, sie haben immer noch nicht die Mehrheit. Nicht, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber sie haben immer noch nicht die Mehrheit, aber sie haben ihre Ausgangssituation verbessert. Und deswegen werden bei der nächsten Wahlkreiskorrektur, die so sicher kommt wie die nächste Volkszählung, haben sie etwas bessere Karten. Und das ist dann wichtig für die nächste Wahl zum Repräsentantenhaus. Denn im Moment ist das System zugunsten der Republikaner beeinflusst. Das heißt, vor der Wahl 2020 findet ein solcher Neuzuschnitt nochmal statt. Ich bin nicht ganz sicher, es ist nach der Wahl. Nach der Volkszählung 2020. Das wird ein paar Jahre dauern. Aber es passiert noch. Die Auswirkung ist dann erst 2022. Aber es wird jetzt schon angefochten in einzelnen Staaten. Und wir haben gesehen, in Pennsylvania, wo die Gerrymandering, also die Zustandung, rückgängig gemacht worden ist, haben die Demokraten gewonnen von Republikanern. Wo in der North Carolina das nicht der Fall war, hat man gesehen, die Republikaner an der Macht. Also man sieht ganz klar, was das Problem ist. Die müssen es aber jetzt angehen und ändern. Vielleicht sollte man noch ganz kurz erklären, wie beeinflusst man denn Wahlkreis-Systeme zu seinen Gunsten? Also ich mache es mal einem sehr einfachen Modell. Wir haben einen Staat, der hat fünf Wahlkreise. Und die Bevölkerung ist eigentlich ziemlich in der Mitte geteilt, zwischen den Demokraten und den Republikanern. Dann werden, ich sage jetzt mal, die Republikaner als herrschende Partei versuchen, alle demokratischen Wähler in nur zwei von den fünf reinzukriegen. Dann haben sie nämlich einen 3 zu 2 Vorteil, obwohl eigentlich die Stimmen ziemlich gleich verteilt sind. Und die Wahlkreise sehen aus wie Krebsgeschwüre. Ich habe gestern mit einem erfahrenen deutschen Kommunalpolitiker über dieses Thema gesprochen. Und der hat mir gesagt, das gibt es bei uns ja auch. Der Unterschied ist halt, dass bei uns im Wahlsystem am Ende im Bundestag trotzdem ziemlich repräsentativ die Mehrheit abgebildet wird. Das heißt, es wirkt sich auf die Erststimmen, auf die Direktwahlkreise aus. Und in den USA kann es eben zu Machtverschiebungen tatsächlich führen. Wir haben keine Ausgleichsmandate, die das proportional korrigieren. Also deswegen, die Empörung ist groß. Ich glaube auch in dem, Sie haben gesagt, Krebsgespüre, entstehen sehr komische Wahlkreise. Ich glaube, so ist es bei uns nicht. Aber Fakt ist, muss man einfach sagen, Wahlen werden auch dadurch beeinflusst, wie Wahlkreise zugestimmt. Und bei uns würde das Verfassungsgericht auch reingehen, wenn das zu allzu großen Missständen führt. Freies, Allgemeines und so weiter, Wahlrecht. In Amerika wird das nicht der Fall sein. Da gab es mal die Theorie, dass der Court das machen würde. Okay, ich mache einen Cut, damit wir noch weitere Themen und Stimmen hören können. Ich habe das Gefühl, da kommen noch ein paar ganz interessante Sachen. Karl-Heinz Zahn in Leipzig ist dran. Herr Zahn, bitte. Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich mache das ganz kurz, ganz trivial, die ersten in der Feststellung. Das Fressen ist das Maßgebende. Also man muss... Das Fressen ist das Maßgebende. Das Fressen, ja. Das Fressen, ja. Das Fressen, ja. Das Fressen, ja. Ja, ich habe das akustisch nicht festgestellt. Und dazu meine Frage jetzt der breiten Bevölkerung in den USA. Geht es denen nach zwei Jahren dran besser oder schlechter? Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Wer kann das aus eigener Anschauung sagen? Also ich denke, wenn wir uns mal zurückerinnern, vor gut zehn Jahren, wie es bei uns ging mit einer hohen Arbeitslosigkeit und wie dieses Thema verschwunden ist, ist das, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass es den Leuten besser geht. Ich denke, bei der Gesundheitsversorgung war ja schon gesagt, dass wir die erhalten. Die Leute merken das. Das ist ja im Laufe der Jahre, merken Sie, Sie kriegen da was, was Sie vorher nicht gekriegt haben. Die Frage war aber... Insofern glaube ich den Leuten, auch bei den Löhnen, es geht ihnen jetzt besser. Natürlich nicht allen. Die Schere ist viel größer als bei uns. Aber das war nicht das entscheidende Thema, was den Demokraten jetzt einen Zulauf beschert hätte. Sondern es ging... Aber die Frage war, geht es den Leuten wirklich in großer Zahl besser? Es geht ihnen besser. Da sagen alle am Tisch, ja. Es geht ihnen temporär besser. Das wird nicht so bleiben. Das war alles auf die Wahl zugemünzt. Erdogan und Trump machen Wirtschaftspolitik rein aus persönlichen Wahlmotiven. Und insofern wird das kippen. Aber ich sage mal, zunächst mal gilt... Momentan... 2018 verglichen mit 2016... Es geht ja vor allem um die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung eines großen Teils der Bevölkerung ist, dass es ihnen besser geht. Auch wenn die Steuererleichterungen auslaufen. Übrigens praktischerweise 2025, ein Jahr nach einer potenziellen zweiten Amtszeit von Trump. Also auch das ist alles wahltaktisch hingeschneidert. Aber Sie können das in den Umfragen sehen. Es ist nicht so, dass die Mehrheit der Amerikaner sagt, das Land ist auf dem richtigen Kurs. Es ist immer noch eine Minderheit. Aber unter Obama war der Anteil der Leute, der gesagt hat, wir sind auf dem richtigen Kurs, noch viel niedriger als jetzt unter Trump. Aber Herr Zahn, Ihre Frage habe ich versucht zugespitzt beantworten zu lassen. Sind Sie zufrieden? Ja, also ungefähr das, was ich erwartet habe. Okay, aber... Ich bin dankbar nicht recht. Sie haben es sehr gut zugespitzt. Ich danke Ihnen auch. Grüß nach Leipzig. Und machen wir München noch. Georg Kolb. Guten Tag, Herr Kolb. Ja, guten Tag. Ich trau mich auch kurz. Zwei kurze Fragen. Frage 1. Hat sich das Thema Impeachment erledigt? Amtsenthebungsverfahren. Hat sich das erledigt? Ja. Frage 2. Frage 2. Muss man sich um die Gewaltenteilung durch Trumps Einflussnahme seitens der Besetzung von Justizämtern als gefährdet ansehen? Danke. Ich würde Ihnen das überlassen, dass Sie die Frage weitergeben. Ja, okay. Dann sind Sie meiner Rückfrage zuvor gekommen. Ist das Thema Amtsenthebungsverfahren erledigt? Wer mag dazu kurz was sagen? Ist es. Ist erledigt? Auch 2 Drittel Mehrheit im Senat. Das wäre nur Showtrials. Okay. Auf Steuererklärung von Trump zu gehen, wenn es sehr viel sinnvoller ist. Okay. Zweite Frage von Herrn Kolb. Die Art und Weise, wie Richter besetzt werden, ist das System von Checks und Balances durch Trumps Handeln in Gefahr? Nein. Nein, das ist nicht in Gefahr. Sondern es verschiebt sich in eine Richtung, die uns hier politisch nicht passt. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Es ist ja ein etabliertes System, wie Richter ernannt werden. Nämlich der Präsident macht den Vorschlag, der Senat muss darüber abstimmen. Das führt natürlich zu politischen Verschiebungen im Moment. Aber es ist nicht so, dass dadurch das System ausgehebelt wird. Das finde ich eine etwas zu scharfe Konsequenz. Vielleicht nicht ausgehebelt, aber es sind gewisse Grundsätze, die in Gefahr sind. Zum Beispiel durch Trump wird das ganze Justizsystem viel weiter nach rechts rücken. Das heißt, Frauen müssen befürchten, ihr Abtreibungsrecht zu verlieren. Nein, also da sind grundlegende Fragen, wo ich finde, es wackelt. Okay, lassen wir so stehen. Und ich schaue mal, ob wir es schaffen, Michael Engel in Saarbrücken ganz kurz noch mit reinzunehmen. Wir laufen hier auf das Ende der Sendung zu. Herr Engel, Sie sind dran. Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage an die Vertreterin der New York Times. Und zwar geht es darum, dass Sie sie abgewürgt hatten, als sie erklären wollte, warum das nicht klug wäre, von Trump zu verlangen, seine Steuererklärung zu veröffentlichen für die Demokraten. Zweite Frage wäre, warum ist es so problematisch, in die Wahllisten sich eintragen zu lassen? Okay, danke. Ich entschuldige mich fürs Abwürgen. Ich habe einfach versucht, zu strukturieren. Aber Frage, warum ist es unklug, wenn die Demokraten versuchen, die Steuererklärung zu erzwingen? Weil Trump kann das gegen letztendlich die Demokraten benutzen, über die Emotionen. Der kann sich als der große Verlierer darstellen. Das hat er schon mal gemacht in diesem Wahlkampf mit der Ernennung von seinen sehr konservativen Kandidaten für das höchste Gericht, das Supreme Court. Und das hat viele Leute mobilisiert im letzten Moment. Und genau das könnte er für seinen Vorteil benutzen mit diesem Prozess. Okay, zweite Frage. Herr Engel, was war nochmal die zweite Frage? Die zweite Frage ist, es ist auch ziemlich problematisch, sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen. Und warum gibt es da keine Bemühungen, das zu vereinfachen? Okay, das kann ich leider nicht mehr beantworten lassen, weil wir auf die Nachrichten zulaufen. Das ist Ländersache. Es ist Ländersache und unterschiedlich. Es fehlt ein Personalausweiswesen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Sage Tschüss, lassen Sie es gut gehen. Schönen Restsonntag aus Köln. 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 Schönen Restsonntag aus Köln.